Hallo Fans, ich bin Ju, das ist Vasi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von 07 Sekunden. Ja, ich fange mal direkt an mit der ersten Frage. Vasi, meine Wurzeln liegen in Bayern. Ich wurde in Landshuk geboren. Nenne drei weitere Städte, die ebenfalls in Bayern liegen. Regensburg, Bayreuth, München. Richtig. Ja! Also Ju, ich habe auch was für dich. Wie du weißt, habe ich kriegische Wurzeln. Nenne drei beliebte kriegische Urlaubsorte. Kreta, Teneriffa. Nee. Fuck, ich weiß es nicht. Nee. Ja, zweite Frage. Ostern ist auch die Zeit des Frühlings. Alles blüht und gedeiht. Nenne drei unterschiedliche Blumenarten. Tulpe, Rose und eine Orchidee. Tatsalons ist auch die Stadt am Fluss aber zum Beispiel. Ju, auch bei mir steht Osan vor der Tür. Wollen wir mal gucken, wie es um deine Bibelkenntnisse gestellt ist. Nenne drei der vier Evangelisten. Wie kann ich den ja sagen? Weiß ich nicht. Ich muss sagen, ich hätte es auch nicht mehr antworten können. Also ich mag... Es tut mir leid, ich weiß es nicht. Markus, Lukas, Johannes. Hätte ich aber auch nicht mehr geguckt. Super-Frage. Äh, Wasi. Nenne drei der Top-10-Rekordschützen der deutschen Nationalmannschaft. Drei. Müller. Klose. Vorbei. Wie ist denn der eine? Gerd Müller. Gerd Müller. Ich hab zweimal Müller sein. Brodolzki, Rummenigge, Völler. Klose nicht? Doch, Klose war richtig. Scheiße. Egal. Also, bleiben wir bei der Nationalmannschaft? Jogi Löw tritt nach der EM zurück. Nenne drei deutsche Bundestrainer außer Löw. Ich weiß es nicht. Was? Das sind aber... Sepp Herberger. Ey, sag mal bitte ein paar. Beckenbauer. Berti Vogt. Rudi Völler. Jürgen Klinsmann. Ach, Jürgen Klinsmann. Ja, aber der Rest ist schon so lange her. Ey. Egal. Wasi. Du spielst jetzt schon seit 2018 beim SCP-07. Mal sehen, wie gut du dich mit der SCP-07-Historie auskennst. Nenne drei ehemalige SCP-07-Trainer. Effenberg. Effenberg. René Müller. Und... Breitenreiter. Ich denke ja, ich weiß es nicht. Aber... Ja. Sieht so aus, als wäre es richtig. Das passt schon. Ähm... Du spielst seit dieser Saison in Paderborn. Nenne drei Paderborner Sehenswürdigkeiten. Ja. Ja. Padersee. Auch für dich eine Geografieaufgabe. Nenne drei deutsche Landeshauptstädte. Bremen, Berlin, Stuttgart. Sehr gut. Sehr gut. Also Juju. Zum Abschluss habe ich auch noch etwas Erdkunde für dich. Nenne drei Mittelmeerinseln. Ähm... Mallorca. Ibiza. Sardinien. Stark. Ja. Wenigstens einen Punkt. Ja. Herzlichen Glückwunsch Amwasi. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr beim nächsten Mal sehen wollt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Aufmerksamkeit. Armeipidon und Kerrikespiel him знаете. Bis zum nächsten Mal. Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020